Heute wieder ein Rap-Beat von keine Ahnung wem, diesmal unten in der Videobeschreibung, kein Cocktail-Strike für mich Ich hoffe es gefällt euch, let's do it Ja Jungs, nicht viel labern, one take wie immer Zwei morgens wieder auf, Kitch PvP ab zu den Damageern, anders kannte ich es nie Recrafting immer Tag und Nacht, es gibt kaum Sachen, die sich so hart süchtig macht Refill war nie ein Problem, so Refill hast du noch nie gesehen So fly wie die Kränen, das musst du mal einsehen, switche so oft wie kein anderer Hier 1-16-SW war nicht so schwer, da kommt manches weiß ich hinterher War nie auf die Wind fokussiert, aber das hat sich minimiert Spaß gelingt im Hintergrund, das geht so weit, das ist mittlerweile schon fast ungesund Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal